Klima Die reine Sonne wärmt mein Herz. Dieser Ort, mein Zuhause, kein anderer Ort ist mir lieber. Gehen? Nein, will ich nicht. Andere erzählen mir nur Schreckliches über diesen weit entfernten Ort. Dort ist es kalt und die Menschen können grausam sein, hat von mir erzählt. Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund werden nicht akzeptiert. Ein Job ist auch schwer zu bekommen und ohne Sprachkenntnisse. Was soll ich dort? Und dennoch bin ich jetzt hier. Ich musste, ich wollte nicht. Die Kälte zieht ihre Bahnen bis in das Innere meiner Knochen. Sie ist von seltsam anhaltender Dauer. Meine Familie ist über Länder hinweg zerstreut. Und nichts konnte ich mitnehmen. Es ging alles viel zu schnell. Diese Hitze, diese Wärme auf der Haut. Ich vermisse mein Zuhause. Ich weiß nicht, ob ich je dorthin zurückkommen kann. M kam mit 34 Jahren 2016 aus Syrien nach Österreich. Ein Jahr bis zur Familienzusammenführung in Vorarlberg.